Nicole Schersinger, Engel oder Latex-Queen? Diese knackigen Looks sprengen das nette Redakteurin Sabrina Böhme. Nicole Schersinger ist wohl die schärfste Versuchung im Musik. Jetzt zeigte sie sich gleich von zwei Seiten. Einmal heizte sie im Latex-Look ein und dann gab sie den Sinn. Welcher Look gewinnt das Battle? Um als Sängerin im Gespräch zu bleiben, reicht es heutzutage leider nicht mehr aus. Nur mit einer grandiosen Stimme von sich zu überzeugen, mehr müssen die Damen ihr Äußerste immer wieder optimieren, um nicht in Vergessenheit zu beraten. Diese Devise hat auch Nicole Schersinger, 42, verinnert. Auf ihren neuesten Fotos zeigt sie sich von zwei Unterschieden, welche gefällt ihnen besser. Nicole Schersinger trägt sich auf linksgebringend verhochtem Latex-Kleid. Kurz vor dem Ende hat Nicole Schersinger ihre dunkle Seite entdeckt und sich in eine Latex-Queen mit einem strengen Pferdeschwanz. Exkursiert sie in einem kurzen, eng anliegenden schwarzen Kleid aus Latex. Dieses ist mit kleinen Bärlen verziert, die dem Look einen verruchten Flair. Wir haben ja schon so einige Outfits von der Pussycat Dolls-Sängerin gesehen, aber dieses Kleid sprengt wohl alle optischen Dämen. Nicole Schersinger als sinnlicher Engel auf aktuellem Foto Nach ihrem granatenhaften Anblick folgte eine himmlische Impression, die nicht minder schön in einem zarten weißen Trägerkleid, das an ein Negligé erinnert. Träumt die Ex-Freundin von Formel-1-Weltmeister Louis Hamilton davon, dass die goldene Stunde am Abend schon gelesen? Oben ohne Kracher. Für ihn lässt sie jetzt alles fallen. Nicole Schersinger, welcher Look ist der Gewinner? Leider wurde es dann doch dumm, doch ihre Looks gingen nicht mit dem Sonnenuntergang unter. Aber bleibt also nur noch die Frage, welcher Look wohl der Gewinner ist? Ihre Fans werden sich wohl nicht entscheiden, denn sie lieben beide Look. Dafür sprechen die Likes denn. Nicole Scherzinger's Latexhammer erheben eher als 180 Millionen Likes. Der Engelhafte Look dagegen bislang nur ca. 156.000 Likes. Wenn es danach geht, ist ihre düstere Seite der klare Sieger. Wir finden, sie sieht immer toll aus. Was meinen Sie? Folgen Sie Nuss.de schon bei Facebook und YouTube. Hier finden Sie brandheißen News, aktuell Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion. Bosnus.de Dasconnecte Scripture. Sä SRIN.de schon bei Facebook. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020